Boys, away, my boys, and boys, away, farewell to college joys, we sail at break of day. So, und das ist sie, die 100. Folge von Eingesprächen der Freunden, immer noch mit Jamarco Gessinger und Florian Eckert. Und in dieser 100. Folge konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, sämtliches Vermögen, das wir nicht verdient haben mit diesem Podcast, in die Hand zu nehmen und den Navy Corps der US Army einzuladen, um hier mal ein bisschen episch zu starten. Freu dich mit uns auf diese Folge, schnall dich an, wir wählen uns an. Und da ist er wieder, euer Jamarco aus dem sonnigen Budenheim. Ja, moin moin, aus Hamburg, der Florian hier bei einem Gespräch unter Freunden. Es ist die 100. Folge, ich werde wahnsinnig und habe gerade den amerikanischen Marine Corps rausgeschickt. Die sollen mal draußen und sich einen Kaffee holen. Richtig, richtig, der arme Ritchie, dem wurde ja ganz eng in seiner Aufnahmekabine. Ach, großartig. Ja, hat der Kerl ja auch nicht alle Tage. 100 Folgen, Jan-Marco, 100 Folgen. Wir sind damals gestartet und haben gesagt, pass auf, wir wollen erstmal 100 Folgen machen. Und soviel können wir verraten, es geht weiter. Es geht weiter. Fantastisch. Aber dass wir 100 Stunden, über 100, weit über 100 Stunden Material jetzt haben, ist schon der blanke Wahnsinn. Ja, da könnte man schon jetzt 5 Tage am Stück verbringen mit uns. In Dauerbeschallung. Ja, auf jeden Fall. Achso, ich dachte, da könnte man auch einfach mal herzliche Glückwünsche aussprechen. Zumindest dir, lieber Florian. Ja, Marco, dir auch. Und diese, an die 100 Stunden, beziehungsweise wir haben uns ja über 100 Stunden locker unterhalten. Dass wir es durchgehalten haben und tatsächlich auch immer noch Bock haben und auch immer noch neue Themen haben. Und ich habe das Gefühl. Und Jan-Marco, was ich ganz wichtig finde, wir haben nicht eine Folge, sind wir leer gelaufen. Also wir haben konsequent 100 Folgen abgeliefert und zwar immer am Mittwoch. Also das finde ich halt auch echt sensationell und es ist, glaube ich, also ich habe ja schon einiges gemacht in meinem Leben. Aber trotz alledem finde ich, es ist eines der konsequentesten Projekte, die ich bisher so gestartet und durchgezogen habe. Definitiv, ja. Ich habe ja auch unser Kissen jetzt hier in der Familienecke liegen. Habe ich dir schon mal geschickt. Ich habe mir so ein schwarzes Kissen mit unserem Konterpfeil drauf, wo ich immer drauf gucke, wenn es immer nicht so gut geht und ich mal ins Kissen weinen muss. Genau, dann nimmst du das und dann geht es dann hoffentlich wieder viel besser auf einen Schlag. Das ist eigentlich ein guter Trick. Vielleicht sollte ich mir auch mal sowas einrichten lassen. Ja, du kannst ja auch in unserem Shop kannst du das ja. Auf unserer Webseite gibt es ja einen Shop und da kannst du über Spreadshirt dieses Kissen auch benutzen. beauftragen. Das stimmt. Ich habe das ja direkt mit Spreadshirt. Hast du eigentlich die Gutschrift schon bekommen dann von Spreadshirt für diesen Kauf? Wahrscheinlich schon. Habe ich jetzt im Einzelnen noch nicht reingeschaut. Aber es ist ein guter Impuls, da mal reinzuschauen auf jeden Fall. Mega. 100 Folgen, 100 Stunden Material, 100 Mal Janni und Flori. Von Flirten über Strategie-Meetings, über Gruppen-Coachings, alles dabei gewesen. 100 Folgen, im Grunde ist es das große Kompendium oder wie sagte man früher, die Enzyklopædia Britannica. So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Ja, also mit dem würde ich mich vielleicht noch nicht ganz, weil die ist ja schon fast heilig. Aber es geht in die Richtung. Das ist auf jeden Fall der Plan. Das ist auf jeden Fall der Plan. Also ich bin auch mal gespannt. Die Bücherei, nee, wie ist das nochmal, die Buch, die Bücherei von Alexandria? Nee, wie heißt das nochmal? Genau, absolut. Genau, ne? Ja. Ja, ich glaube, die Bibliothek von Alexandria. Bibliothek ist sowas richtig. Genau, das war von Alexandria dem Großen tatsächlich der Plan. Er hat ja viele Alexandria lustigerweise gegründet. Und es war aber der große Plan, tatsächlich eine Bibliothek zu bauen, wo das gesamte Wissen der Welt drin versammelt ist. Fantastisch. Und das hat danach ja der Alexander Fischer auch nochmal sich vorgenommen. Da bin ich mal gespannt, ob er das noch so ernsthaft verfolgt oder ob es im Endeffekt drauf hinausläuft, dass da das gesamte Wissen für Unternehmer und Immobilienleute gesammelt wird. Wobei das ja auch schon immerhin legendär wäre. Auf jeden Fall. Und ja, ich kann an dieser Stelle das ja mal raushauen, einfach um mich selber ein bisschen unter Druck zu setzen. Weil ich mir, also werde ich wahrscheinlich jetzt nicht im kommenden Jahr machen, aber ich habe mir vorgenommen, in Frankreich eine kleine Bibliothek aufzubauen, wo dann Leute, die mich besuchen oder die meine Schwester besuchen kommen wollen oder die Ponys oder was auch immer, dass die tatsächlich da die Möglichkeit haben, halt meine Best-of-Bibliothek einzusehen oder sich da reinzusetzen und zu schmökern. Und immer wenn ich zu Besuch bin, ich auch. Ja, geil. Und ich habe jetzt gesehen, dass wir jetzt, glaube ich, auch demnächst die 50.000er-Marke knacken. Das finde ich auch ein respektables Ergebnis. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin da sehr, sehr begeistert. Ich bin da sehr, sehr, sehr begeistert und sehr, sehr dankbar auch tatsächlich den Hörern, die uns auf dieser Strecke begleitet haben. Allen, die uns wertvoll gegeben haben. Immer die Stange gehalten. Ja, in gewisser Art und Weise war es schon so und es gab immer wieder Highlights oder wenn du zwischendurch, muss man ehrlich sagen, gab es ja auch mal Phasen, wo man dann schon vielleicht sich überlegt hat, was weitermachen, wie viele Leute hören das wirklich und wie das eben alles so ist. Und tatsächlich gab es dann immer Leute, die dann tatsächlich auch gekommen sind und mich immer wieder auf den Podcast angesprochen haben und gesagt haben, ist irgendwie cool und ich habe die letzte Folge gehört. Oder manche haben noch Fragen gestellt zu bestimmten Folgen und es war halt immer Leben dran. Und jetzt sind auch wieder Leute, die sich gemeldet haben und die Interesse haben, mit mir oder uns zusammenzuarbeiten. Eventuell wird es Firmen geben, die wir beraten können, die die eigenen Podcasts machen wollen. Also da habe ich jetzt die erste Anfrage bekommen, ob man da nicht in der Richtung was machen könnte. Also von daher ist es wirklich vieles, 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 vieles passiert in 100 Folgen. Das stimmt, das stimmt. Und was ich auch ganz rührig fand, war auch die Nachricht von einer Hörerin, die sagte, wenn sie mal nicht so gut drauf sei, höre sie unseren Podcast und danach sei sie wieder gut drauf. Das hat mich sehr inspiriert. Mich auch. Also das sind halt wirklich die Sachen, die wirklich, ja die gehen schon ans Herz. Das kann man wirklich echt mal so sagen. Und wie gesagt, ich habe zumindest einen Hörer auch persönlich kennengelernt, der hat es zwar leider immer noch nicht geschafft, mir mal schriftlich was zuzuschicken, aber der halt tatsächlich zweimal mir persönlich gesagt hat, dass gerade so auch die Folgen hören mit dazu entscheidend geben waren, dass er halt seine Berufswahl geändert hat oder beziehungsweise gekündigt hat in seiner Firma, wo er unzufrieden war. Und da sage ich, also das bedeutet mir einfach unglaublich viel, wenn ich das mitbekomme, dass Leute tatsächlich dann eben halt die Inspiration nicht nur annehmen und ein bisschen rumträumen, sondern tatsächlich sagen, das ist doch jetzt mal wieder ein Impuls und jetzt nimmst du es mal an und jetzt nimmst du ein Stück weit dein Leben eben halt mehr in die eigene Gestaltung. Und was ich auch mal wieder letztens auch bekommen habe bei WhatsApp, war nochmal sowas wie, dass die Themen so breit sind und dass dieser Zuhörer so viele verschiedene Perspektiven jetzt bekommen hat auf Themen, dass ihn das unglaublich geflasht hat und dass er da unglaublich viele Abkürzungen mitgenommen hat. Und das ist ja auch immer unser Anspruch gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen neue Perspektiven reinbringen, wir wollen Abwechslung reinbringen, wir wollen ein bisschen auch eine andere Denkstruktur mal reinbringen. Und das war ein tolles Feedback, habe ich von dem Marco, glaube ich, heißt der gute Mann, bekommen jetzt vor ein paar Monaten, das hat mich auch sehr gefreut, wo er halt genau unseren Markenkern getroffen hat. Ja. In der Rezension. Also das finde ich halt auch wirklich echt schön, wenn Leute tatsächlich, wenn man sie so fragt, warum hörst du denn den Podcast gerne und es tatsächlich dann viele Dinge zumindest nennen, weswegen ich ihn auch mache. Also das finde ich sehr schön, wenn das dann eben halt so zusammengeht, ist aber manchmal auch eben spannend, dass dann eben auch Sachen wieder ganz anders wahrgenommen werden, ja. Ja, was mich auch sehr gefreut hat, dass ja auch mein zukünftiger Arbeitgeber oder mein jetziger Arbeitgeber auch ein großer Fan von unserem Podcast ist und auch gesagt hat, dass es auch für ihn ein wichtiges Kriterium war, mich näher kennenzulernen. War ja auch ein Faktor, wenn es natürlich nicht der ausschlaggebende Faktor war, aber es ist auch mit reingeflossen noch. Das fand ich auch mega geil. Ja. Und das finde ich halt wirklich auch faszinierend, dass selbst Leute, die ich selber respektiere oder, ja, also Leute, wo ich einfach sage, ey, also von denen halte ich einfach viel und von denen kann ich auch sicherlich noch einiges lernen, dass die tatsächlich auch immer wieder auf den Podcast referenzieren und sagen, das ist irgendwie so cool und ich höre einfach immer wieder gerne da rein und ich finde es einfach spannend, auch vom Format her, dass ihr eben halt nicht so stringent einfach A, B, C, einfach schnell irgendwas runtererzählt oder irgendwas, was ihr irgendwoher als Content euch vielleicht besorgt habt, lest das irgendwie kurz vor, sondern dass sich dann manchmal aus diesen Gesprächen, gerade durch dieses teilweise auch ungeplante, ganz neue Aspekte oder neue Sachen ergeben, die dann eben auch viel, viel spannender sind, weil dadurch eben halt noch Wendungen kommen. So, die Brücke überkomme ich nämlich auch. Genau. Und das Interessant war, ich hatte ja am 22. jetzt Geburtstag und da habe ich bei Podseat gesehen, dass da die Statistik richtig hoch geschossen ist, weil wahrscheinlich jeder, der mir gratulieren wollte, gleichzeitig auch noch dann quasi die Sendung gehört hat. Das fand ich ganz witzig, so habe ich gestern gesehen, dass da an dem Tag richtig hoch geschossen ist, die Zuhörer. Ja, war richtig schön, richtig super. Ja, das hat mich so ein bisschen verpasst, ist mir tatsächlich dann aufgegangen, als ich dir dann das Geburtstagsständchen auf den AB gesucht habe. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und da habe ich gedacht, es ist ja krass, dass du genau an einem Mittwoch auch Geburtstag hattest, da hätte man ja rein theoretisch auch eine Geburtstagsfolge machen können. Das stimmt, ich war gerade zur Zeit im Flugzeug, Rückflug aus Marokko. Genau, hatte gerade meine, ja, war gerade so ein bisschen entspannt. Ja, war auch eine gute Sache, ja. Aber das auf jeden Fall ist cool, dass wir da, ich muss ja gerade nochmal das Kissen hier aufschreiben. Ich habe nämlich, mein Kissen ist nämlich kaputt, das muss ich für den nächsten Flug mir so ein neues Kissen kaufen. Das muss ich mir gerade mal hier nochmal aufschreiben. Ja, und ja, genau, das fand ich wieder toll. Und da habe ich auch, Jan-Marco, das muss man auch nochmal sagen, dass wir zwei Personen sind, die es auch geschafft haben, hundertmal zueinander zu finden. Das heißt, immer mit der klaren Uhrzeit, immer mit dem Versprechen, wir nehmen auf, immer aufgenommen haben. Und ich finde, das ist auch ein dickes Brett, was wir da gebohrt haben, dass wir halt konsequent immer an diesem Tag auch abgeliefert haben. Ich finde, das ist eine große Leistung. Auf jeden Fall. Also ich bin total begeistert. Ich kann auch immer wieder das, und ich gebe das ja auch öfters weiter, dass das einfach, das Beste ist wirklich, was man sich machen kann als eigenes Geschenk oder auch als gegenseitiges Geschenk, ist wirklich Podcasts zusammen zu produzieren. Weil man lernt einfach so viel zusammen. Man hatte eben halt diesen festen Termin. Also auch sonst, glaube ich, würden wir uns nicht so regelmäßig unterhalten. Wir würden bestimmt unterhalten und auch bestimmt mal besuchen zwischendurch. Und das hat eben auch so ein sehr, sehr schönes Commitment. Aber ich stelle auch für mich selber fest, dass ich halt tatsächlich in diesen 100 Folgen gereift bin für mich. Dass ich heute anders vor dem Mikrofon sitze, als ich das früher mal gemacht habe. Dass sich viele, viele Selbstreflektionen hat stattgefunden. Viele Impulse von dir habe ich übernommen. Und das Schöne ist, durch diese Regelmäßigkeit und durch dieses auch immer mal wieder abprüfen, oder auch selber die Folgen dann zwischendurch mal zu hören, ist das auch noch mal so ein anderes Commitment, wenn ich hier was im Podcast sage oder ankündige, als wenn man mal so unter Freunden halt so irgendwie sagt, ja, ich höre jetzt auf zu rauchen oder was auch immer man halt irgendwie macht. Und wenn ich das hier sage, ist es halt vielleicht nicht in Stein gemeißelt, dass ich jetzt 100 Prozent alles immer direkt umsetze. Also bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich nehme das schon sehr ernst. Und ich merke dann auch immer so, ah, das hast du doch hier mal angekündigt und sowas. Und dann könnte ja immer mal jemand nachfragen. Und das ist auch noch mal so ein persönlicher Verstärker. Das finde ich halt sehr schön. Finde ich cool. Ja. Genau. So, jetzt haben wir uns auch langsam genug genopult. Aber wie gesagt, von meiner Seite noch mal herzlichen Glückwunsch. Anmach träge ich noch mal zum Geburtstag. Aber auch zur 100. Folge. Ja, kann ich nur zurückgeben. Auf jeden Fall. Ich kann auch zurückgeben, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir das schaffen. Dass ich dachte, boah, das ist ein ganz schönes Brett, als wir damals angefangen haben. Wir mussten uns durch große Tonprobleme kämpfen. Wir mussten die Synchronisation hinbekommen. Wir mussten die regelmäßigen Postings der Beiträge hinbekommen. Wir mussten so viele Dinge, also ganz bewusst den Begriff mussten, über so viele Hürden rüberspringen, dass es schon wirklich ein großes Fest ist, das jetzt auch geschafft zu haben. Weil wir auf diesem Weg über viele, viele Hürden marschiert sind. Gemeinsam. Immer wieder mal Tonprobleme. Es gab Aussetzer. Es gab keine richtigen Aufnahmen. Die Mikrofone haut nicht. Und jetzt nach 100 Folgen kann man sagen, haben wir so ein gutes Setup beim Aufnehmen, dass wir synchron laufen, dass die Stimmen gut sind, dass der Ton gut ist, dass die Sendungen eine schöne Länge haben, dass die Inhalte gut sind. Also ich finde, wir haben uns da unglaublich weiterentwickelt. Man kann sich ja zum Spaß mal die zweite oder dritte Folge anhören, um mal die Sprünge zu sehen. Und ich finde auch dieses Commitment nach außen. Ich bin in den 100 Folgen unglaublich gewachsen. Habe unglaubliche Wandlungen auch durchgemacht, weil ich mir auch die Podcasts immer wieder anhöre. Und sage, ja Florian, bist du da wirklich committed? Hast du das wirklich umgesetzt schon? Und dadurch in ein viel höheres Commitment reinkomme und sage, wenn du das erzählst, dann musst du es auch machen. Das wird mir immer klarer und immer deutlicher. Und ja, führte auch zu einer unglaublichen Weiterentwicklung. Ja, das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, wir sind auch immer noch total neugierig und dankbar auf eure Rückmeldung, euer Feedback, was auch immer ihr da draußen empfindet, was ihr gerne hört, was ihr gerne mehr hören würdet, was ihr gerne weniger hören würdet und so weiter und so fort. Ich finde das immer total spannend. Ich kriege ja hin und wieder auch immer mal Anfragen. Mensch, könntest du nicht diesen und jenen in den Podcast nehmen? Natürlich behalten wir uns am Ende des Tages immer das Recht vor, das selbst für uns nochmal zu reflektieren und zu entscheiden. Aber es sind doch auch einige der Empfehlungen sind dann auch mal als Sonderfolgen im Podcast gewesen. Ich habe jetzt wieder einige neue Anfragen. Ich plane gerade wieder ein neues Projekt, wo ich tatsächlich mal der Sexualberaterin mit der Claudia, mit der ich mich ja schon mal länger unterhalten hatte zwischendurch, und jemanden, der Männerarbeit macht, zusammen unterhalten möchte. Die haben jetzt auch beide schon zugesagt. Wir müssen jetzt nur noch einen Termin finden. Da werden wir uns natürlich mal über Geschlechterrollen unterhalten. Finde ich mega geil. Das machst du dann mit Z-Pass wieder? Genau, genau. Cool, cool. Ja, und das ist halt einfach auch eine superschöne Möglichkeit, dass wir das jetzt nicht nur für uns halt eben nutzen können, sondern ich merke, dass das doch immer besser funktioniert. Also die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Am Anfang hat das ja öfters auch nochmal geholpert, oder ich musste viel nacharbeiten. Und ja, wir jetzt die Möglichkeit haben, tatsächlich auch Gäste hier mit reinzunehmen. Das heißt, ihr habt entweder die Möglichkeit, dass ihr entweder Upspeak nutzt, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, um uns kleine Nachrichten zu hinterlassen. Und dass wir dann tatsächlich das auch mal in die Podcasts einbauen können. Oder ihr könnt tatsächlich, wenn ihr eine spannende Geschichte habt oder sonst was, euch auch mal melden. Und kommt vielleicht mal mit einem Feedback oder mit einer spannenden Geschichte oder mit einer Geschichte, wie der Podcast euch verändert hat oder was auch immer es ist, gerne auch mal kurz als Gäste mit rein. Die Möglichkeit hätten wir. Und von daher steht zumindest von meiner Seite aus die herzliche Einladung. Ja, fantastisch. Ja, speaking of fantastisch. Du warst tatsächlich im Urlaub und das letzte Mal haben wir es ja noch aufgeschoben. Aber ich bin doch natürlich auf glühenden Kohlen, was du so erlebt hast. Ja, also ich habe, da hast du eine spezielle Frage, weil wir ja noch 14 Minuten haben, was dich am wichtigsten oder was dich am brennendsten interessiert von der Reise? Also natürlich. Also ja, habe ich. Aber mich interessiert natürlich auch immer so dieser erste Impuls, also ohne jetzt tatsächlich dann zu spezifisch zu werden oder zu sagen, sag mir hier die Top 3 von deiner Reise. Aber wenn dir das jetzt zu unspezifisch war, dann würde mich natürlich als erstes doch brennend interessieren, was waren tatsächlich die Highlights und was waren die Downs von der Reise? Oder die Sachen, die nicht hätten passieren müssen? Also die drei Highlights waren auf jeden Fall die Menschen, Marokkaner, die ich ja vorher so nicht kennengelernt habe, in so einer Menge auch und solchen, also wie viele Marokkaner ich kennengelernt habe. Das war sehr, sehr positiv. Dann das zweite, das größte Aha-Erlebnis, was ich an Top 1 stellen würde, war das Erlebnis, in die Wüste zu gehen und da zwei Tage zu sein. Das war für mich mindblowing, das war irre. Ich habe so viel gelernt in der Zeit in der Wüste, denn ich habe das Gefühl gehabt, es gibt ja diesen Spruch, ja, geh mal in die Wüste und dann klärt sich das auf. Oder auch viele Philosophen oder viele Leute sind auch in die Wüste gegangen, um sich selbst zu finden. Ich habe mir gedacht, ach, was für ein Humbug und so. Und als ich das erste Mal den Fuß in der Wüste hatte, habe ich gedacht, hoppla, ach, das meinen die, irre. Himmel, Erde, mehr ist das nicht. Nur Himmel und Erde. Und dass plötzlich welche Themen hochgeploppt sind auf der Reise mit dem Kamel beziehungsweise mit dem Dromedar durch die Wüste, aber wir waren halt so zweit plus Guide. Das heißt, wir waren zu dritt in der Wüste unterwegs und das war irre. Das war absolut irre. Also von den Eindrücken, von den Themen, Lebensthemen, die hochgeploppt sind bei mir. Und es war überwältigend. Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas Schönes gesehen. Ich habe auch geweint. Noch nie so etwas Schönes gesehen wie die Wüste. Das war irre. Und ihr wart tatsächlich, also nicht in der Gruppe, sondern tatsächlich nur zu zweit in der Wüste. Also zu zweit plus Guide. Also das war ein Nomade. Ja. Der lebte auch in der Wüste. Also Nomade plus meine Frau plus ich. Und wir hatten hier dann Dromedar. Und mit dem sind wir dann quasi durch die Wüste marschiert. Das wäre cool. Das war irre. Da bin ich ja echt sehr gespannt mal auf Bilder. Vielleicht gibt es ja ein paar. Ja. Warst du schon mal in der Wüste? Ich war schon in verschiedenen Wüsten. Also je nachdem, wo man halt sich, ja, also Wüste ist ja auch ganz unterschiedlich definiert oder was man halt eben so wahrnimmt. Also wo ich wirklich mal mitten in der Wüste war, war ja im Death Valley in den USA. Und das habe ich aber auch, glaube ich, schon mal erzählt. Also das, genau, das war halt super spannend für mich, weil ich zum einen diese Beziehung hatte, ja, immer zu dieser Hippie-Musik und diesem Hippie-Lifestyle. Und die sind ja quasi dann da in die Wüste gefahren, haben dann da ihre Meskalinen, LSD und sonst welche Trips irgendwie ausgelebt und eben halt natürlich auch sich selbst gesucht und vielleicht auch gefunden. Und das war sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich halt in dieser ganzen Gegend da fasziniert war, wie abwechslungsreich tatsächlich auch Wüste sein kann. Oder wenn das eben halt so von der Steppe, wo es halt dann irgendwie noch Kakteen und dann geht es ja irgendwann so vermehrt eben mehr in so eine Steinwüste. Also es ist nicht so eine Sandwüste. Die meisten denken ja sofort an Sahara und da hast du einfach ganz viel so Steinwüste. Da ist es einfach richtig schön heiß und dann hast du eben halt lauter Felsen und Geröll und sowas, aber eben halt jetzt nicht so klassisch. Den Sand, den gibt es sicherlich auch, aber ich war da eben nicht tagelang. Genau. Und ich glaube, der Unterschied ist schon, dass es halt die Nord-Sahara ist und dass du dort nur Sand hast. Du hast nur Sand. Ja. Und ich habe mir auch ein Glas mitgenommen, ein Glas Sand für zu Hause, um mich immer daran zurückzuerinnern. Und das Irre ist halt in der Nord-Sahara, du hast nur Sand und Himmel. Du hast nichts sonst. Nur Sand und Himmel. Ja. Und das ist halt Irre. Du guckst 360 Grad und du hast nur Sand und nur Himmel. Mehr hast du nicht. Genau. Und das ist ein irres Gefühl. Und du siehst wieder auch die Dünen wandern. Also wie sich das dauernd verändert, das Bild. Und wenn du halt auf so einem Dromedar, was super fokussiert läuft, das lässt sich ja nicht ablenken. Das läuft seinen Stiefel runter. Bis kommst du in so eine, wie so ein Reiten. Du kommst in so ein, das ist ja ein warmes Tier. Was du läufst auf diesem Tier, läufst du durch die Wüste und es schaukelt dich quasi so in die Wüste rein. Das geht ja über Stunden geht das ja. Die werden ja auf Wüstenschiff, glaube ich, genannt. Ja, das ist wie eine Meditation. Ja. Ja, ja, ja. Das ist wie eine Meditation. Wenn nachher irgendwann die Gespräche auch aufhören, quasi wackelst du mit diesem Dromedar durch die Wüste. Du hast nichts. Du siehst gar nichts. Du siehst nur Sand und Himmel. Und das ist überwältigend gewesen für mich. Das war das größte Highlight dieser Reise, auf jeden Fall. Dann der zweite Punkt waren sicherlich die Menschen. Sehr freundlich. Und was sich ganz besonders interessant von meinen Marokkanern, das zeichnet sie auch aus in meinen Augen, ein Nein ist ein Nein. Ich habe ja noch nie ein Volk erlebt, das bei einem Nein auch ein Nein akzeptiert. Das hat mich extrem beeindruckt. Das heißt, wenn du einem Händler gesagt hast. Das wird man auch gar nicht so erwarten. Ja, genau. Wenn du einem Händler sagst, Nein ist Ruhe. Das habe ich mich auch mit mehreren Marokkanern auf Französisch auch ausgetauscht. Die haben mir gesagt, das ist so in dem Volk. Ein Nein ist ein Nein. Das hat mich extrem beeindruckt. Und das dritte war. Das ist echt faszinierend. Das dritte war, dass du ein junges Volk hast, 32 im Mittel. Bei uns sind es ja 42 in Deutschland. In Marokko sind es 32 im Mittel. Und wie geschäftstüchtig die Menschen sind. Das heißt, da gibt es Jobs, die gibt es in Deutschland nicht. Die haben die sich einfach erschaffen. Zum Beispiel gibt es jemand, der hält einen Schlüsselbund und wackelt mit dem Schlüsselbund so an der Straße. Das heißt einfach, ich habe hier eine leere Wohnung, wo du einziehen kannst. Oder ich habe eine Ferienwohnung. Oder ich habe ein Hotelzimmer frei. Okay. Oder jemand, der zum Beispiel die Koffer trägt. Oder die Koffer. Es gibt auch so Leute, die haben so Wagen und dann fahren sie dir halt die Sachen irgendwo hin. Oder ich habe so viele Jobs gesehen, die im Grunde, die einfach unglaublich kreativ sind, wie sie ihr Geld verdienen. Und sie verdienen ihr Geld. Und das nächste Learning für mich, Reziprozität at its best. Ich habe kein Volk erlebt, was so dermaßen auf Reziprozität setzt. Das ist irre. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Erst liefern, dann den Preis. Überall. Und das waren so die größten Highlights für mich. Und halt Handeln, das mache ich ja sowieso gerne. Ich habe auch mir einen Teppich gekauft. Echt? Ja, schon gewaschen. Und liegt ja auch schon in meiner Leseecke. Ein kleiner Meter mal Meter, also nicht groß. Und genau, das hat auch Spaß gemacht, mit dem zu handeln. Aber das waren so für mich die drei Größten. Und wie gesagt, der Punkt, dass die Menschen dort sehr, sehr wenig haben. Sie leben von 200 Euro im Monat, im Mittel, pro Person. Und ich habe noch nie ein Volk erlebt, was so konstant, so glücklich ist. Wir sind ja über 1400 Kilometer Auto gefahren in der Region. Beziehungsweise, wir hatten einen Fahrer und der hat uns gefahren von Hotel zu Hotel, von Ort zu Ort. Und so haben wir ja in zehn Tagen im Grunde zehn verschiedene Hotels gehabt, zehn verschiedene Übernachtungen. Und ich konnte auch endlich meinen Koffer packen, Dogma ablegen, weil ich hasse es, Koffer zu packen. Und wenn du halt zehnmal Koffer packen musst, dann überlegst du, hast du halt irgendwann das Dogma überwunden. Koffer packen. Und zehnmal ist es dann auch irgendwann Learning, dann hast du es irgendwann drin. Und ich habe noch nie ein Volk erlebt, was so konstant glücklich ist. Mit dem, was es hat. Das hat mich sehr ehrfeuchtig gemacht. Und ich bin auch nach Deutschland zurück vor ein paar Tagen, habe gedacht, Mensch Flo, es geht mit viel weniger, es geht noch glücklicher und es geht noch gläubiger oder wie man es auch mal nennen mag, noch elementarer. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also das ist mir aber auch viel auf Reisen aufgefallen, dass das Menschen einfach mit ganz anderem Besitz, ganz anderen Lebensbedingungen, ganz anderer Taktung und sonst was, dass die tatsächlich aber eben wirklich eine ganz andere Dankbarkeit und Verständnis haben. Und ich habe ja zum Beispiel auch einen der vielen Impulse, den ich aufgegriffen habe, war tatsächlich jetzt mal regelmäßig zur Massage zu gehen. Schön. Und ich habe hier so eine Thai-Massage aufgetrieben, die ich auch sehr inhaltlich und qualitativ auch für gut befinde. Das ist ja nicht so, wenn du in Thailand bist, dann sind es einfach manchmal Hausfrauen, die halt Geld verdienen wollen. Was ich denen jetzt auch nicht vorwerfe und was jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber wenn du halt wirklich eine gute Massage haben willst, ist halt was anderes. Also sonst ist es auch nett oder fühlt sich vielleicht auch gut an, aber gerade wenn es dann mal so ein bisschen rangeht oder dann eben bestimmte verspannte Stellen angegangen werden, dann ist das schon wichtig, dass das jemand auch macht, der ein bisschen Verständnis hat. Ja, toll, dass du das machst ja, Marco. Super. Cool. Und das ist echt großartig. Und warum erzähle ich das jetzt? Einmal natürlich, damit man mal wieder sieht, wie wir uns auch gegenseitig immer befruchten, wie man das so schön nennt oder inspirieren. Ich war jetzt heute zum dritten Mal da. Super, cool. Genau, also ich habe das jetzt angefangen, während du im Urlaub warst, musste ich mir natürlich auch mal was gönnen und seitdem gehe ich jetzt so einmal die Woche hin, also muss ich mal gucken, zwischendurch bin ich auch auf Reisen, wie ich das irgendwie dann halt hinkriege, aber zumindest wenn ich hier bin, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich halt so einmal die Woche hingehe und ich mache immer eine halbstündige und eine stündige Massage, das ist am Wechsel. Hast du einen festen Termin da vereinbart? Genau. Super. Genau, damit das eben auch einfach fest eingebaut ist und das ist einfach ganz cool. Und wann ist das bei dir jetzt immer? Der andere Grund, warum ich ... Also im Moment ist es immer montags. Ach, cool. Deswegen, genau, ja. Deswegen haben wir jetzt verraten, wann wir aufnehmen. Wie viel Uhr ist das immer? Das im Moment um zehn. Da bin ich noch so ein bisschen am Hadern mit mir, weil das ja eigentlich so in meine Fokuszeit reinfällt und vorher geht aber halt nicht. Warum nicht Freitag? Warum nicht Freitag? Ich finde das sehr, sehr schön, weil das einfach nochmal so ein super Start in die Woche ist. Auch spannend. Weil ich dann einfach quasi nach dem Wochenende und sowas und so, weil das ist ja auch aktivierend, ja. Also es ist wirklich aktivierend. Also mir zieht es ein Stecker, mir zieht es ein Stecker, Jan-Marco. Also wenn ich bei der Massage freitags bin, bin ich Samstag komplett durch. Deswegen habe ich jetzt auf Donnerstag gelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich dann richtig runterfahre. Und dann Samstag eigentlich nie mehr zu gebrauchen bin, weil ich so runterfahre durch die Massage, dass meine Freundin immer sagt, ja, du bist immer so müde, du bist immer so antriebslos. Ich sage, nee, ich fahre einfach runter durch die Massage. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Also bei mir ist es wirklich extrem vitalisierend, so wie das manche vom Yoga berichtet haben. Das ist bei mir noch nicht so, aber da bin ich jetzt auch dran, dass das wieder mehr zu betreiben, weil ich einfach merke, umso älter man wird, es ist einfach das Beste, was du tun kannst. Ja, aber die Massage, die war richtig krass vitalisierend. Ich bin da rausgekommen, ich habe plötzlich, ich habe das Gefühl, die Farben sind intensiver, ich habe das Gefühl, mein Blick ist besser und ich war auch so richtig, also ich war zwar runtergefahren, das stimmt, war so ganz ruhig und bin dann auch nach der Massage nochmal eine Weile da sitzen geblieben, habe schön meinen grünen Tee getrunken, habe dann nach einer Weile nochmal so ein bisschen lang, da sogar so Massagebücher rum, habe die halt nochmal studiert. Das war echt spannend und hat echt Spaß gemacht und so und das stimmt auch, aber gleichzeitig habe ich halt einfach gemerkt, dass doch wirklich so einige Energiekanäle mal wieder so freigeputzt werden mussten und das hat es halt eben auch nochmal bestärkt, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt gerne einmal in der Woche und ja, mit Vorliebe eben halt montags, weil das für mich einfach ein super Start in die Woche ist. Da muss ich halt nochmal gucken, wie wir das irgendwie machen, ja, weil am liebsten hätte ich es wirklich gleich morgens irgendwie so nach dem Aufstehen, das wäre natürlich perfekt. Das konnte sie jetzt halt so nicht einrichten, mal gucken, wenn ich da regelmäßig hingehe, vielleicht fängt sie dann auch mal an. Ja, oder ein Kumpel macht das so, der hat sich eine Liege für zu Hause gekauft, so eine richtige Massageliege, wo man auch den Kopf so rein kommen kann. Die habe ich auch. Und dann kommt sie da hin, einfach. Ja, das müsste man mal gucken, das müsste man mal gucken, also wie wir uns da irgendwie einig werden und ob das irgendwie sinnvoll ist. Also ich bin tatsächlich schon am überlegen, dass das Massage grundsätzlich bei uns in der ganzen Familie eigentlich mal mehr wieder gelebt werden sollte. Also für mich ist es absolut, also für mich ist es so ein zwanzigstes Mal gefühlt jetzt, es ist einfach das Beste, was du machen kannst. Das ist immer den schönen Spruch, das ist das Beste, was du hast in dich selbst. Und ich finde, ich habe mich auch massieren lassen im Urlaub wieder und es ist so schön, es ist so super. Die Berührung, den Fokus und ich finde das fantastisch, sollte jeder machen einmal die Woche. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe kein Geld, dann kannst du sagen, warum zahlst du 60 Euro Handygebühr im Monat? Das heißt, die Frage ist ja immer, wo zu gucken. Kein Geld ist auch ... Ja, ja, höre ich häufig. Ja, habe ich kein Geld für dich. Ja, aber einen Handyvertrag hast du, du hast einen hier Spotify-Vertrag und dafür hast du kein Geld oder wie. Und das kostet ja meistens auch nicht so viel. Du musst einfach budgetieren. Genau, das kann man ja auch gucken und vor allem, wenn man dann wirklich regelmäßig hingeht. Ja, ich meine, also, wenn sie jetzt, oder ja, je nachdem, von wem man sich jetzt massieren lässt, ein guter Chefsmann ist, dann würde ich auch nicht gleich irgendwie die Mega-Rabatte raushauen. Aber es gibt eigentlich überall die Möglichkeit, da auch was zu machen. Und ich glaube, auch wenn ich da jetzt eben halt regelmäßig hingehe, also wenn die halt sieht, oh, jetzt ist er irgendwie schon fünf oder zehn Mal gekommen. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso dann irgendwie eine kostenlose Massage nochmal kriege. Also jede Zehnte ist frei. Aber ich glaube, dann kann man auch darüber reden und sagt halt, ey, du, ich komme jetzt regelmäßig irgendwie, können wir uns da nochmal auf einen anderen Preis einigen. Wir können ja gerne nächste Woche mal über Rabatte und Geld zurückgarantien sprechen, weil ich habe da neue Einsichten gewonnen. Ich auch. Das ist ja, das ist aber bei uns immer mehr so. Das ist nämlich die Leistung des Produktes, das schmälert und ein easy way out für den Kunden ist. Und lass uns mal nächstes Mal darüber sprechen. Ja, genau. Ja, ich habe die Vermutung, wo das herkommt. Von den B-Brothers? Ja, ja, genau. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Wo ich dachte, die Jungs, das gefällt mir richtig gut, was die abliefern aktuell. Also das ist wirklich, da lerne ich auch noch was. Weißt du, wie ich das meine? Das ist selten. Ich meine, du weißt, wie ich das meine jetzt, Marco, ja? Auf dem Segment. Aber bei denen lerne ich immer noch was dazu. Wo ich denke, so cool, interessanter Gedankenmodell, stimmt, hat er recht. Ja, finde ich cool. Genau. Also bin ich auch sehr, sehr begeistert. Da habe ich mir gedacht, ey, wenn ich damit im Frühjahr in Berührung gekommen wäre, dann hätte ich, glaube ich, auch einige Sachen. Also ich glaube, ich werde mir da mal einen Coaching gönnen. Irgendwann, in den nächsten Monaten bei den Jungs mal einfach mal so ein, zwei Monate reinschnuppern. Weil ich glaube, das könnte doch was bringen. Noch. Mal gucken. Auf jeden Fall. Mal gucken. Genau, aber will ich jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Also ja, es ist super, super spannend. Aber trotz alledem sage ich halt, am Ende des Tages ist es auch immer eine Verhandlungssache. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Weil das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Coaching oder irgend sowas verkaufst, ja, da ist es halt eben auch wieder eine ganz andere Geschichte. Warum? Gewissen Stundenanzahl und sowas eben halt tatsächlich eine Veränderung in deinem Leben wahrnimmst. Und, dass es dich vor allen Dingen auch immer dahin führt, dass du auch selbstverantwortlich eben weitermachen kannst. Ja, es soll nicht der Inhalt sein, dass du dein Leben lang irgendwie zu so einem Coaching oder zu was auch immer gehst. Und dann ist das so eine nette Quatschrunde. Und man holt sich hin und wieder mal einen Tipp. Halte ich persönlich halt nichts von. Es sei denn, man hat halt immer wieder neue Themen. Und da ist es super schwierig, mit Rabatten zu arbeiten, aus meiner Sicht, weil das tatsächlich den Wert des Produktes eben halt schmälert. Und weil es eh begrenzt ist. Das bedeutet, wenn ich meinen Job gut gemacht habe, dann ist idealerweise zumindest für einen gewissen Zeitraum, bis vielleicht ein neues Thema ist oder was weiß ich was, der Kunde auch erstmal wieder weg. Und das soll auch so sein. Und gute und ehrliche Trainer sogar machen das so, dass wenn sie merken, oh, das wird hier so eine Regelmäßigkeit. Ja, ich kenne das sogar aus dem Fotobereich. Ein paar gute, die ich besucht habe, die gesagt haben, ey, hier der Günther, der gehört ja schon quasi zum Inventar. Der kommt ja auf jedes Training. Und dass die dann auch mal liebevoll sagen, hey, geh mal raus, guck dir auch nochmal was anderes an und sowas. Du darfst gerne auch wiederkommen, ja, wir wollen dich nicht loswerden. Aber das ist jetzt auch mal hier, du hast jetzt alle Trainings besucht und du hast jetzt viel gemacht. Und jetzt geh mal bitte raus und setz auch ein bisschen was davon um. Oder guck dir auch nochmal andere Leute an. Und ich finde, ein guter Trainer, ein guter Coach, ein guter Mentor und sowas macht das eben auch so. Wenn ich aber jetzt jahrelang zur selben Massage gehe, ist das halt ein super cooler Deal für beide Seiten. Und deswegen finde ich, das ist eben auch ein probates Mittel und schmildert auch nicht das Produkt. Weil dadurch hat der Massageanbieter eine Planungssicherheit, die er sonst eben halt nicht hat, wenn er immer Neuakquise machen muss. Und das ist sein Vorteil. Und mein Vorteil ist, dass ich eben halt tatsächlich dann regelmäßig zu dem eingehe und mir keine anderen angucke mehr und so weiter und so fort. Und damit haben wir halt eine Win-Win-Situation. Und dann ist es auch okay, dass man sich halt eben über Preise oder einen gewissen Rabatt eben auch geeinigt. Und das bleibe ich ja Marco zu 100 Prozent. Also diesen Disclaimer wollte ich auch noch reinknallen, den du gerade gesagt hast. Unterscheide Dienstleistung und unterscheide Coaching. Genau, genau das wollte ich auch sagen. Aber ich fand es trotzdem nur interessant. Ja, Produkte und so weiter und so fort. Genau, mein Fehler war nämlich, dass ich das übertragen habe. Ich habe das aus der Dienstleistung ins Coaching übertragen, bis ich festgestellt habe, Moment. Da war für mich der Game Changer. Ja, und das machen halt viele so. Oder viele, die auch keinen Funnel haben und dann trotzdem über den Rabatt gehen. Und das ist ja doppelt doof. Aber wie gesagt, wir wollten eine extra Folge draus machen. Wir machen eine extra Folge. Der Ritchie winkt schon wieder seit fünf Minuten hier. Gab es trotzdem abschließend irgendwas, was man unbedingt noch mal bedenken sollte oder vorher gewusst haben sollte, bevor man nach Marokko reist? Man sollte einen Reisepass mitnehmen und keinen Personalauswahl. Das stimmt. Okay. Weil, ja klar, außerhalb der EU. Das war das Einzige? Nee, es war ganz viel. Ich empfehle jedem auch, ich habe mir bei Globetrotter Wüstenschuhe gekauft, Wüstenstiefel. Aus Leinen. Und die haben mich super durch den Urlaub gebracht, weil die luftig sind. Und trotzdem hast du ein festes Schuhwerk. Und die haben mich durch die Wüste, durchs Gebirge, durch die Stadt getragen. Und ich habe nie schwitzige Füße gehabt. Also meine Empfehlung, Leinenstiefel, Wüstenstiefel heißen die französischen Hersteller. Von Globetrotter kosten 120 Euro. Und da hast du eine perfekte Zeit in Marokko mit. Schwitzt nie. Egal wie heiß es ist, egal wie kalt es ist, du bist perfekt fußmäßig ausgestattet. Ausgestattet. Ja. Ja. Cool. Genau. Cool. Und ansonsten, ich weiß ja nicht, ob du hier welche kennst. Die Marokkaner in Marokko anders als die Marokkaner hier in Deutschland? Äh, die Marokkaner hier in Deutschland. Ich habe zwei, die ich kenne, die sind genauso. Was ich vielleicht noch gemerkt habe, ist, hütet euch vor der Sonne. Also ich habe einmal nicht aufgepasst, aber direkt den Bauch verbrannt. Eine halbe Stunde. Also unterschätzt diese Sonne nicht. Und wir haben dann später, als ich mir den Bauch verbrannt habe, dann drauf geachtet. Und deswegen bin ich auch kaum braun geworden, weil wir uns so geschützt haben. Achso, genau. Und noch ein geiler Spruch. Ich habe mir auch eine geile Idee. Ich habe mir tatsächlich einen Kaffthang gekauft. Ach ja. Und das Interessante ist, Jan-Marokko, der kühlt wirklich. Da bin ich ja echt mal gespannt. Und zwar, weil du quasi den ziehst du über die Klamotten drüber. Und frag mich, warum? Ich weiß es nicht. Der kühlt dich runter. Ich weiß nicht, warum. Es gab Tage ohne Kaffthang und Tage mit Kaffthang. Und die Tage mit Kaffthang war kühler und entspannter. Ich habe weniger geschwitzt, wenn ich ihn nicht anhatte. Ich weiß nicht, warum. Aber es hat super funktioniert. Cool. Das war so die... Ja, das ist nochmal ein richtig guter Tipp. Ach, mein Lieber. Ich würde jetzt am liebsten hier den Korn nochmal ins Studio holen. Aber leider sind ja schon alle wieder rausgeschickt worden. Ja. Von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschö-Medö. Ja, Jan-Marok. Bleibt uns gewogen und schaltet auch bei der 101. Folge wieder ein. Lass es euch gut gehen und in Hamburg sagt man Tschüss. 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 Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen uns schon los. Findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jan Marco. Dein Florian und dein Jan Marco.